Weit unter Tarif bezahlt, mault aber nicht. Mieten Sie den Vito für nur 6,90 Euro pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Marcel Plevka, mein Name FC Tourtour 05. Ich zeige euch, wen ich bei mir in der Traumelf nominiert habe. Im Tor Semir Svraka, viele gute Torhüter kennengelernt, aber Semir, du kranke Schwein, du kannst auch mal nach dem 6-4-Sieg noch mal richtig ausrasten, dafür liebe ich dich. Solche Leute brauchen wir, um Erfolg zu haben, immer gierig sein, geiler Typ. Linke Seite hinten mit Andi Friebel, nicht nur weil du mein Bruder bist, du bist einfach eine Maschine, eine Garantie in jedem Spiel. Dann in der Innenverteidigung mit Shoaib Zedegi und Hossein Zolvagari, unabdingbar euch beide aufzustellen, zwei geile Innenverteidiger. Und dann rechts mit Timo Elas, auch eigentlich innen eher aufgehoben, aber sonst wäre kein Platz gewesen. Dich wollte ich aber auf jeden Fall dabei haben. Dann auf der 6, mein aktueller Capitano, Sogan Petschel, du Kampfmaschine. Nur mit dir kann man Erfolg haben, du musst spielen. Deswegen auch in meiner Traumelf. Dann auf der linken Seite im Mittelfeld Sven Trimborn, Viktoria Vereinsikone, auf jeden Fall dabei. Genauso wie Chirosi rechts, geiler Typ. Chirosi weiter viel Erfolg, du bist eine Maschine. Auf der 10 dann Dennis Kreuzer, vorwärts Wacker, jahrelang da gespielt, jetzt Trainer da. Auch dir wünsche ich viel Erfolg, du musst auf jeden Fall dabei sein. Schwer war es für mich vorne, da in der Spitze auf jeden Fall mit Terry Galloway. Jeder, der ihn kennt, hier in Hamburg, glaube ich, die letzte Station VfL Pinneberg. Einfach ein D-Zug, den kannst du nicht aufhalten, der musste spielen. Und dann war es schwer für mich, Torben Krause, Patrick Hiob, Toni Udel, Roman Kialka. Aber nein, für mich auf jeden Fall dabei, unabdingbar, Okan Bektasch. Für mich einer der besten Stürmer im Hamburger Amateurfußball. Muss auf jeden Fall spielen, Okan. Auch jetzt, mach auf jeden Fall Theater, Trainer soll dich aufstellen. Eins muss ich noch sagen, ich spiele natürlich 4-4-2, weil Liborio Masagati, mein aktueller Trainer, das mit uns spielt. Und es gibt für mich keine bessere Aufstellung. Ich stelle mich auf, Trainer. Und mein Trainer, nichtsdestotrotz, Dirk Burmeester, geile Zeit mit dir gehabt, damals bei BSV 19. Hat viel Spaß gemacht, bei Lurob hast du mich dann abgesägt. Trotzdem liebe ich dich immer noch, du bist mein Trainer der Traumelf. Das war's. Danke. Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 pro Tag. Bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung.